Mein Lieblingsrestaurant Hallo, willkommen in Wien. Mein Name ist Lukas. Und ich bin Tina. Wir sind hier an der Alten Donau. Und wir haben Hunger. Das ist unser Lieblingsrestaurant. Das Gasthaus Birner. Wir essen beide ziemlich oft hier. Komm, gehen wir rein. Guten Tag. Was darf ich Ihnen denn bringen? Ein Wiener Schnitzel, bitte. Ja. Das Wiener Schnitzel mit Pommes frites oder mit Erdäpfelsalat? Mit Pommes frites, bitte. Ja. Zu trinken? Ein Wasser, bitte. Ja. Ich möchte auch Wasser. Nehmen wir zusammen eine Flasche? Wunderbar. Also eine Flasche Wasser. Sehr gerne. Für Sie zu essen? Ich nehme das Gulasch. Sehr gerne. Also ein Wiener Schnitzel mit Pommes frites, ein großes Gulasch und eine große Flasche Wasser. Sehr gerne. So, bitteschön. Danke. Einmal das große Gulasch. Mhm. Einmal das Wiener Schnitzel mit Pommes frites. Dankeschön. Dankeschön. Einen guten Appetit wünsche ich Ihnen. Danke. Danke. Einen guten. Danke. Guten Appetit. Einen guten Appetit.